Am Tagungsort der SPÖ am Wiener Messegelände, dort begrüße ich jetzt Bundeskanzler Christian Kern. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, am Deckblatt Ihres Wahlprogrammes sieht man diesen Bauarbeiter und er sagt, ich hole mir, was mir zusteht. Jetzt ist die SPÖ in den vergangenen 47 Jahren 41 Jahre lang in der Regierung gesessen. Warum hat dieser Mann denn noch nicht, was ihm zusteht? Ja, die Verhältnisse ändern sich sehr rasch und wir leben in einer Zeit eines beschleunigten Wandels. Was wir erlebt haben, war, dass nach der Finanzkrise wir sechs Jahre lang schlechtes Wirtschaftswachstum hatten und steigende Arbeitslosigkeit. Und was wir in den vergangenen 14 Monaten erreicht haben, ist eine echte Trendwende. Der Aufschwung ist wieder da. Wir sind beim Wirtschaftswachstum mittlerweile deutlich besser als der Eurozonendurchschnitt, sogar besser als Deutschland. Und jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam uns diesen Reichtum und diesen Erfolg erarbeitet haben und auch dafür zu sorgen, dass der bei den Richtigen ankommt. Weil das Problem ist, dass sich dieses Wirtschaftswachstum noch nicht in den Geldbörsen der Menschen niederschlägt und auch dieses Geld, das da zusätzlich hereinkommt, auch nicht im Gesundheits- oder Bildungssystem angekommen ist. Und dafür wollen wir sorgen. Das ist unsere Aufgabe. In Ihrem Wahlprogramm finden sich viele Forderungen, gegen die niemand etwas haben kann. Sichere Pensionen, gleiche Chancen für Frauen, mehr Brutto vom Netto, Kernforderungen, alles der SPÖ seit langem. Da stellt sich ebenso die Frage, wie auch bei diesem Bauarbeiter. Wenn man das alles umsetzen kann, warum ist das noch nicht umgesetzt? Ja, Sie wissen, es steht eine Wahl ins Haus. Und unser Ziel ist es, möglichst stark zu werden, um eine Regierung mit sozialdemokratischer Handschrift zu bilden. Wenn Sie sich ansehen, was wir in den letzten 14 Monaten gemacht haben, dann waren das ganz konkrete Maßnahmen, die zum Beispiel für den Herrn, diesen Bauarbeiter, viel gebracht haben. Da geht es um die Stipendien für Kinder aus sozialschwachen Familien. Da geht es um zusätzliche Arbeitsplätze, die wir mit dem Beschäftigungsbonus geschaffen haben. Da geht es um Beschäftigungsprogramme für Menschen über 50, die am Arbeitsmarkt keine Chance mehr bekommen haben. Da geht es um den Privatkonkurs, wo Familien, die einen privaten Schicksalsschlag haben, die dann in den Privatkonkurs schlittern, rascher wieder auf die Beine kommen sollen. Und so haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen gesetzt. Wir hätten das gerne bis zum Ende dieser Legislaturperiode fortgesetzt, weil das das Grund ist, warum Österreich stärker wird und reicher wird, dieses Programm. Die ÖVP hat sich entschieden, hier Neuwahlen vom Zaum zu brechen. Ist gut, nehmen wir zur Kenntnis. Und jetzt wollen wir aber, dass die Österreicher und Österreicherinnen darüber abstimmen, wer denn eigentlich den Anteil am Erfolg bekommen soll. Weil die, die den Erfolg erarbeiten, die haben bislang zu wenig davon profitiert, sondern das waren die, die ohnehin immer auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, die 5 Prozent, die in unserem Land von ihrem Vermögen leben können. Ihre Forderungen, Ihre Vorhaben kosten aber natürlich etwas. In etwa 10 Milliarden Euro nicht ganz. Ein wichtiger Posten bei der Gegenfinanzierung bleibt die Erbschaftssteuer. Jetzt wissen Sie, das ist weder mit der ÖVP noch mit der FPÖ zu machen, wie übrigens auch die Wertschöpfungsabgabe. Klafft da in Ihrem Programm nicht von Anfang an ein Finanzierungsloch? Nein, wir haben einen Plan gemacht. Und das ist das, was uns von anderen Parteien unterscheidet. Wir haben nicht eine Wahlauseinandersetzung begonnen damit, dass wir inserieren, Inserate schalten oder bunte Plakate schalten mit schönen Versprechungen und neuen Parteifarben. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in 200 Seiten ein umfangreiches Konzept vorlegen, wo klar steht, wie wir Österreich in den nächsten zehn Jahren erfolgreicher machen und wer schlussendlich von diesem Erfolg zu profitieren hat. Eine der wichtigen Maßnahmen, die wir hier zur Wahl stellen, ist, dass wir wollen, dass bei Millionen Erben eine gerechte Erbschaftssteuer eingehoben wird. Und damit es möglich wird, die Steuern auf Arbeit zu senken. Weil das ist nämlich der entscheidende Punkt bei dem Konzept. Die Menschen arbeiten, sie haben teilweise 40-Stunden-Jobs und können nicht einmal von dem, was sie dabei verdienen, leben. Und deshalb müssen wir die Steuern für die Leistungsträger in dem Land, die arbeiten, reduzieren. So, seriöserweise muss man dann aber auch vorschlagen, wie die Gegenfinanzierung ist. Und da haben wir gesagt, die, die hohe Vermögen erben, die sind in Österreich bislang nicht herangezogen worden, anders als in der Schweiz, in den USA, in Großbritannien, also kapitalistischen Ländern. Und das wollen wir ändern, weil wir das für eine Frage der Gerechtigkeit halten. Aber ist das eine Koalitionsbedingung? Das ist aus unserer Sicht klar, dass wir hier diese Steuersenkungen für die Arbeitnehmer und für die, die Einkommen haben, für die Einzelpersonenunternehmen, für die Klein- und Mittelbetriebe finanzieren müssen. Das braucht Österreich, weil es gerecht ist und weil das auch weitere Arbeitsplätze schaffen wird, die Wirtschaft beleben wird. Und deshalb sagen wir, ja, das wollen wir durchsetzen. Das ist für uns tatsächlich eine der ganz zentralen Bedingungen für eine nächste Bundesregierung. Die Erbschaftssteuer, ist die eine Koalitionsbedingung für die SPÖ? Ja, 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 so wie ich es gerade formuliert. Das ist eine der ganz zentralen Bedingungen für unsere nächste Bundesregierung. Sie geben der Wirtschaft in Ihrem Programm breiten Raum. Das ist nicht selbstverständlich für eine sozialdemokratische Partei, vor allem in Österreich. Sie kündigen einen Pakt mit der Wirtschaft an. Sie kündigen Entlastungen für Unternehmer an. Wie erklären Sie sich vor diesem Hintergrund, dass ein Spitzenunternehmer wie Herr Pira offenbar Sebastian Kurz mehr zutraut, die Wirtschaft in Österreich anzukurbeln als Ihnen? Er spendet der ÖVP ja 436.000 Euro. Ja, das ist sein gutes Recht. Und es ist natürlich völlig logisch, wenn jemand so viel Geld spendet, dann erwartet er sich ja was. Das macht er ja nicht, weil er so ein netter Kerl ist oder weil er so großherzig ist, sondern das tut er, weil er sich was davon erwartet. Der Herr Pira hat auch ganz klar gesagt, was er will. Der will einen 12-Stunden-Arbeitstag für alle. Das bedeutet für die Arbeitnehmer, dass die viel Geld verlieren, die Überstundenzuschläge verlieren und eine Reihe von anderen Forderungen auch noch. Was uns in Österreich aber stark gemacht hat, war, dass wir wirtschaftlich erfolgreich waren, dafür geschaut haben, dass die Unternehmen beste Standortbedingungen haben, aber dass alle was vom Erfolg bekommen, dass es einen Ausgleich gibt. Und wir wollen in diesem Land Veränderungen durchsetzen, aber wir wollen sie mit Augenmaß, mit Verantwortung, mit Fingerspitzengefühl. Und mein Interesse ist, dass die Mittelschichten gestärkt werden, dass die 95 Prozent der Menschen, die von ihrem Einkommen und ihrer Arbeit leben müssen, profitieren und nicht zwingen die, die ohnehin zu den Allerreichsten in Österreich gehören. Aber wollen Sie auch PIRAS haben? Wollen Sie auch finanzielle Unterstützer haben in der Unternehmerschaft? Oder verzichten Sie darauf, wie etwa auch, auf Überraschungen in Ihren Listen? Naja, wenn uns jemand Geld aufdrängt, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht von der Türe weisen, das möchte ich sagen. Aber, also fühlen Sie sich eingeladen, die Kollekte zu starten. Nein, aber wir sind sehr zufrieden. Unsere Mitglieder und Sympathisanten tragen hierbei mit kleinen Beträgen, die summieren sich. Wir werden einen sehr sparsamen Wahlkampf führen, keine Materialschlacht uns liefern. Und das, was Sie zu den Namen auf unserer Liste gesagt haben, fast 50 Prozent der Mitglieder der SPÖ im neuen Parlament werden Menschen sein, die noch nicht im Nationalrat waren, die neu sind. Und wenn Sie sich unsere Bundesliste anschauen, da bin ich drauf seit 14 Monaten in der Politik. Rendi Wagner, Ärztin, führende Gesundheitsexpertin, Wissenschaftlerin im Gesundheitsbereich. Hans-Peter Toskozil, der wirklich nicht über Sicherheit redet und Pressekonferenzen macht wie manch anderes, sondern der hat das gelebt. Der hat sich vom Streifenpolizist bis zum Polizeidirektor im Burgenland hochgearbeitet. Das heißt, das sind alles Menschen, die haben praktische Erfahrung, die haben Lebenserfahrung, die wissen, was man tun muss, um Probleme zu lösen. Das ist unser Team. Und das unterscheidet sich ganz erheblich von den Teams, die halt von Altpolitikern geführt werden, weil eine Liste hat einer, der seit 31 Jahren im Parlament, der Herr Strache, glaube ich, seit jedenfalls signifikant mehr als einem Jahrzehnt. Der Chef der Liste, Kurz, ist das längst dienende ÖVP-Mitglied in der Bundesregierung. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir ganz bewusst auf Kompetenz von außen gesetzt haben und zwar nicht für die Galerie, nicht für nette Pressekonferenzen, sondern wir haben den Menschen auch die Verantwortung gegeben. Und das ist, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Weg. Es gab in den vergangenen Wochen viel Kritik an der strategischen Ausrichtung des Wahlkampfes oder der Positionierung vor Start des Wahlkampfes. Nun sagt der Spitzengewerkschafter und SPÖ-Abgeordnete Josef Muchitsch heute in der Kleinen Zeitung, Wir haben den besten Stürmer seit Langem mit Christian Kern und weder die Mannschaft noch der Trainerstab baut die Strategie um diesen guten Stürmer auf. Können Sie uns und sich erklären, was da los ist? Naja, ich schätze den Pepo Muchitsch sehr. Er ist ein wirklich erfolgreicher Gewerkschafter, der immer bei den Leuten gewesen ist und sich um die Sorgen gekümmert hat. In dem Fall ist das insofern eine falsche Analyse, weil wenn man sagt, okay, der Wahlkampf ist nicht klar, wir führen keinen Wahlkampf. Wir haben uns heute vorbereitet auf die Wahlauseinandersetzung mit einem Programm, das ist das, was wir tun. Da haben wir viel Zeit investiert, weil wir uns nicht überlegt haben, wie schaffen wir einen Gag oder den Leuten irgendetwas vorzugaukeln, sondern wir haben gesagt, wir legen den Menschen vor, das, was wir in Österreich in den nächsten zehn Jahren machen wollen. Und jeder Österreicher hat das Recht, sich anzuschauen, was wir aus dem Land machen wollen. Die anderen Parteien sind gut beraten, wenn sie das auch tun. Wir sind da jetzt einmal in Vorlage geraten und das soll ein Wettstreit der Ideen werden. Mir reicht es nicht, wenn man nur neue Farben verwendet, neue Gesichter verwendet, sondern ich will den Österreichern sagen, was ich vorhabe mit dem Land und dann möchte ich um Unterstützung werben. Und das werden wir ab dem heutigen Tag tun. Und im September wird das dann in die heiße Phase des Wahlkampfs übergehen. Herr Bundeskanzler, wir wissen seit Mitte Mai, dass gewählt wird im Oktober. Wir stehen jetzt Anfang August. Das sind zweieinhalb Monate vergangen. Egal, wie Sie die Zeit jetzt nennen, Wahlkampf oder auch nicht Wahlkampf, das ist wichtige Zeit, um sich zu positionieren. Das wissen Sie natürlich genauso gut wie ich. Können Sie wirklich sagen, die ist optimal gelaufen? Naja, offen gesagt haben wir uns vorbereitet. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was die anderen gemacht haben, aber da war der eine oder andere auch auf einem ausgedehnten Urlaubstrip, vergönne ich den Kollegen. Wir haben uns intensiv mit den inhaltlichen Fragen beschäftigt und das hat funktioniert. Dass es da Gerede rundherum gibt, da haben Sie recht. Aber offen gesagt, das ist alles völliger Unsinn. Und aus meiner Sicht müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Klares inhaltliches Angebot, die Personen nennen und dann die Menschen in Österreich davon überzeugen, dass sie sich holen, was ihnen zusteht. Sie haben nämlich den Erfolg in Österreich erarbeitet und der muss jetzt bei allen Menschen in diesem Land ankommen. Es gab dennoch viel Unruhe in der Partei. Sie haben Ihren Kampagnenleiter verloren. Man hört von Unstimmigkeiten zwischen der Parteizentrale und dem Bundeskanzleramt. Formal ist der Herr Niedermühl-Bichler, der Bundesgeschäftsführer, verantwortlich für die Kampagne. Jetzt haben sich in den vergangenen Tagen die Gerüchte verdichtet, dass Kanzleramtsminister Thomas Trotz da ein wichtigeres Wort mitsprechen wird. Können Sie uns nach all diesen Gerüchten der letzten Tage aufklären, Wer wird nun diese Kampagne für die SPÖ führen? Der, der dafür bestimmt war, der, der sie jetzt führt, der sie bis zum 15. Oktober führen wird, und das ist der Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühl-Bichler. Das ist ganz klar. Das Gerede rundherum können Sie getrost vergessen. Das ist ja nicht nur aus der SPÖ gekommen. Das haben ja auch Konkurrenten gerne hochgechasst. Muss man zur Kenntnis nehmen. Aber wir machen das in aller Ruhe, bereiten uns da entsprechend vor. Und was die Unstimmigkeiten betrifft, ich habe das auch gelesen, Bundeskanzleramt auf der einen Partei, auf der anderen Seite, nur um Ihnen zu zeigen, wie unsinnig das ist. Ich bin der Bundeskanzler, der Chef des Bundeskanzleramtes. Ich bin der SPÖ-Vorsitzende, der Chef der SPÖ. Also das wäre ja so ein nestreuhafter Konflikt, wäre es stärker I oder I. Also Sie können das getrost abhaken. Schauen Sie sich unser Programm an, da sehen Sie, was wir gearbeitet haben in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist ein echter Leistungsnachweis, auch für das Land. Sie haben heute bei der Rede, bei der Bundesparteileitung gesagt, es wurde auch diskutiert. Sie wurden gefragt, ob Sie vielleicht auch lieber als Liste antreten wollen oder als Bewegung. Möglicherweise sei das leichter. Nun habe ich am Podium, und ich sehe es jetzt auch hinter Ihnen wieder, viel häufiger den Schriftzug Bundeskanzler Christian Kern gelesen als den Schriftzug SPÖ. Wir kennen alle die Umfragen, wir kennen die Daten, die Sie als Bundeskanzler haben, die liegen deutlich über denen der SPÖ. Ist die Marke Christian Kern stärker als die Marke SPÖ? Ja, die Politik personalisiert sich zunehmend. Das ist schon die Wahrheit. Und deshalb muss man sozusagen die Unterstützung, die ich genieße, hier natürlich auch nützen, um sie für die sozialdemokratische Sache auch umzupolen. Aber das Wichtige dabei ist, und das ist das Wesen einer Partei, Parteien vertreten immer Interessen. Da geht es um die Frage, welche Interessen werden da eigentlich vertreten? Es gibt Parteien, die vertreten das Interesse, dass jeder bei uns zum Arzt gehen kann. Jeder das Recht hat auf die bestmögliche Gesundheitsversorgung. Dass die Alten ihre Pension in Würde genießen sollen. Das ist das, wofür wir stehen. Und das ist das, was wir klar sagen können. Bei den anderen, die tun sich noch schwer mit den Programmen, die haben noch nicht auf den Tisch gelegt, worum es ihnen eigentlich geht. Und ich glaube, das ist auch ein Akt der Fairness. Weil am Ende werden Sie sehen, kaum ist die Wahlkampagne dabei, werden das ganz ordinäre Parteien sein. Sieht man ja auch schon bei der Liste BILZ zum Beispiel, die sich wegen der Finanzierungsfrage da gleich als Partei angemeldet haben. Verständlich, richtig so. Aber die Realitäten sind oft andere, als die, die bei Pressekonferenzen hier angesprochen werden. Ich möchte Sie ganz zum Schluss noch mit einem Vorwurf konfrontieren, der heute von der ÖVP kommt und den ganzen Tag schon herumgeistert. Es gibt auf Facebook eine Seite namens Wir für Sebastian Kurz, die ganz massiv Stimmung gegen den ÖVP-Obmann macht. Jetzt hat die Tageszeitung heute herausgefunden, dass hinter einer gleichnamigen Website eine ehemalige Mitarbeiterin einer Jugendfunktionärin der SPÖ steckt. Und das nimmt die ÖVP nun zum Anlass der SPÖ und ihnen Dirty Campaigning vorzuwerfen. Daher frage ich Sie, können Sie ausschließen, dass die Seite wir für Sebastian Kurz irgendetwas mit der SPÖ zu tun hat oder von der SPÖ gar betrieben wird? Ja, das kann ich völlig ausschließen. Und ehrlich gesagt, das ist ja eine totale Tatumkehr. Weil hier wird permanent und wiederholt behauptet, gegen die ÖVP wird Dirty Campaigning gemacht. Im gegenständlichen Fall geht es darum, dass eine junge Frau eine Internetadresse offensichtlich erworben hat, die im Übrigen mit der SPÖ nichts zu tun hat. Also die war vielleicht irgendwann einmal irgendwo bei einer Vorfeldorganisation dabei. Und demgegenüber steht eine Facebook-Seite, die hier betroffen ist. Da muss man den Zuschauern sagen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und diese Facebook-Seite hat die angenehme Angewohnheit, dass die zum Beispiel permanent auch über mich herziehen und irgendwelche Meinungen hier äußern. Also ehrlich gesagt, wie blödsinnig wäre das, wenn die SPÖ etwas ins Leben bringt, das ihren Parteivorsitzenden anpatzt. Aber ein bisschen ist das, erinnert mich das an diese haltetentieb Variante, wo jemand Gerüchte in Umlauf bringt, etwas behauptet ohne jeden Beweis und dann in der weiteren Folge eine Tatumkehr betreibt und sagt, wir sind die Opfer. So ist es nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Und diese permanenten Anschuldigungen der ÖVP, dass wir Dirty Campaigning betreiben, also langsam muss man sich fragen, ob das nicht der Versuch einer großen Ablenkung ist. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch. Danke für das Gespräch.